Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video von einem weiteren Spiel von Klüm. Der hat ja bei Hourglass auch schon richtig hier mitgearbeitet, also ist ja sein Game, das kommt aber noch raus. Allerdings ist jetzt zum 1. Juni kommt Balloon Flight raus. Ich hab ein Key gekriegt und ich hab zu Klüm gesagt, ich werde das Spiel auf jeden Fall spielen und zieh mir das unbedingt rein. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr schon mal ein Like da lasst, das würde Klüm sicherlich auch freuen. Ich hab keine Ahnung von dem Spiel. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Und wenn ich keine Ahnung hab, dann kann das nur ein lustiges Video werden. Ich würde sagen, wir gehen rein da und gucken, was wir mit dem Spiel so anstellen können. Ich hab den Trailer schon gesehen. Es geht darum, dass wir mit dieser Flugmaschine da hinten da durch diese Ringe manövrieren. Und wir versuchen jetzt einfach mal so weit zu kommen, wie es geht, weil das ist schwierig. Also wir können hier Ballons spawnen und dann fliegen die Sachen los. Äh, ja. Ciao, die Kiste. Mach's gut. 99 Luftballons. Wir können es aber auch wieder zerstören da oben. So, guck mal hier. Kann ich die wieder abschießen? Dann fällt die Kiste vom Himmel. Mal gucken, ob sie auch wirklich vom Himmel fällt. Achtung, fällt die Kiste runter. Äh, ja. Da, mit einem Ballon dran. So, bam, zack. Hui! Nice. Das war ein nicer Stunt auf jeden Fall. Ja, äh, wir haben da hinten diese Flugmaschine. Und ich würd sagen, äh, wenn wir das da anmachen, dann geht die Maschine los. Und da an der Seite, weiß ich jetzt nicht, ah, wenn ich hier draufstehe, okay. Ich würd sagen, wir bringen die jetzt erstmal zum Abheben. Wir müssen gucken, dass wir so weit wie möglich kommen. Also wirklich so weit wie möglich. So weit wie es geht. Äh, bin mal gespannt, ob es Leute gibt, die dann meinen Rekord brechen werden. Also unbedingt dieses Spiel sich auch holen. Ich hab jetzt an jeder Ecke, hab ich jetzt so drei Luftballons. Äh, wie viele brauchen? Wow! Okay, jetzt geht's los. In der Mitte ist ein Loch. Warum auch immer da ein Loch ist, ich muss... Das ist irgendwie... Das geht... Oh Gott, oh Gott. Ich muss ja durch den Ring... Warte, da sind zu viele. Oh shit, da unten ist dieser Ring. Da muss ich doch rein. Äh, okay. Okay, 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 okay. Ich seh schon, das Spiel, äh, hat's in sich. Ich muss die Luftballons dann zerstören. Wir müssen da vorne runter. Vorne Gewicht verlieren. Absturz! Äh, wieder hoch. Wieder ein bisschen hoch. Geh hoch. Hoch, 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 hoch. Hoch. Geh hoch. Oh nein. Nein, Leute. Das ist, äh, ja. Spannend. Wir haben's, äh, so ein bisschen geschafft. Äh, hier fliegt er hoch. Geh doch da hoch. Nach vorne. Wir müssen vorne hoch werden. Vorne muss es hoch gehen. Nicht da. Nein. Da hängt's. Nein. Nein. Neuer Versuch. Wir müssen's versuchen, äh, so weit wie möglich zu kommen. Ich hab die erste Insel überflogen und die zweite hab ich, äh, nicht immer ansatzweise geschafft. Aber, äh, ja. Ich würd sagen, wir fangen wieder so an. Drei Stück dahin. Drei Stück dahin. Drei Stück dahin. Drei Stück dahin. Let's go. Komm. Wir, das, das ist nicht schwer. Los. Komm. Oh nein. Oh nein. So, komm. Komm. Das ist, das ist echt. Nein. Was machst du denn? Nein. Nein. Das ist, so soll das nicht funktionieren. Wir stürzen wieder. Nein. Es, es geht gut. Oh. Oh, wir fliegen. Wir fliegen. Das, das ist unglaublich. Ich, ich, oh Gott. Wenn ich da draufstehe, das ist irgendwie, oh, wir, 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 da, wir müssen da vorne runter. Oh Gott. Oh Gott. Durch den Ring. Durch. Ich schaff's, den ersten Ring. Ich fass's nicht. Nein. 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 Wir verfehlen den ersten Ring. Oh, ich bin abgestürzt. Oh nein. Nein. Und mein Fluggerät. Es fliegt davon. Oh nein. Aber, ich hab's geschafft. Seht ihr? 300 Meter weit sind wir gekommen. Und das Fluggerät fliegt weiter. Ja. Äh, okay. Ich hab den Motor jetzt direkt an. Und jetzt, äh, gehen wir mal einfach hier in die Mitte. Und machen da hoch. Jetzt, das wird jetzt. Äh, äh, ja. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Wir verlieren eine Höhe. Oh, schneller. Geh doch einfach schneller hoch. Ja. Jetzt wieder ein bisschen weniger. Wieder ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger. Warum ist es da auch so ein komischer Fels? Nein. 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 Warum zieht das so komisch hoch? Oh Gott. Hä? Was? Ah. Leute, ich möchte es unbedingt schaffen, weiter als 303 Meter zu kommen. Ich bin Profi. Ihr seht. Ihr seht. Wir machen den Motor wieder an. So, und jetzt, äh, machen wir hier in der Mitte einfach 1, 2, 3. Und hier auch wieder 1, 2, 3. So. Ja. Das sieht schon mal gut aus. 1, 2, 3. Und hier auch nochmal 1, 2, 3. Okay. Okay. Aber warum? Ist das so 1, 2, 3? 1, 2, 3? Ja. 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 Das wird. Wir fliegen durch. Komm schon. Nein. Wieder knapp verfehlt. Was ist hier los? Oh, das hat gezählt. Es hat gezählt. Okay. 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 Wir müssen vorne wieder Ballast ab. Ballast ab. Wir müssen runter. Runter. Und wieder hoch. Bisschen. Weil das... Oh nein. Da ist ein Fels. Kann ich den Fels irgendwie wegfliegen lassen? Nein. Okay. Okay. Wir müssen hier hoch. Hoch ziehen. Zieh hoch. Zieh doch hoch. Zieh hoch. Zieh hoch. Also das mit dem Lenken habe ich noch nicht so raus. Wenn ich hier lang. Ne. Dann fliege ich in die andere Richtung. Ich muss glaube ich da lang. Und wir müssen da irgendwie runter wieder. Wir müssen irgendwie runter. Aber ich bin 800 Meter weit. Oh mein Gott ey. Ich sag es euch. Dieses Spiel geht die Richtung. Nein. 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 Zieh hoch. Und geh in die Richtung. Flieg doch in die Richtung. Oh nein. 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 Ich habe absolut. Oh Gott. Oh Gott. Ui. 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 Das ist. Nein. Es macht ein Looping. Das Ding macht ein Looping. Egal. Wir haben 1000 Meter geschafft. Ich bin hier auf dieser Insel gelandet. Ob mein Fluggerät da mal wieder runter kommt. Weiß ich nicht. Ich schieße es mal runter. Äh. Okay. Und wenn ich jetzt hier durchhüpfe. Kriege ich noch Zeit dazu. Also. Mein Fazit zu dem Spiel ist. What the fuck. Auf jeden Fall. Da muss man richtig hart trainieren. Lass ein Like da. Lass ein Abo da. Um keine Videos mehr zu verpassen. Und. Ihr könnt euch da jetzt noch andere Videos aussuchen. Viel Spaß. Und. Ciao.